Ich bin im Kloster, weil ich mich berufen gefühlt habe. Und ich irgendwann spürte, das ist der Weg, das ist die Gemeinschaft, das ist das Leben, das ich führen möchte. Ich bin im Kloster, weil ich in Gemeinschaft die Leidenschaft für Gott leben wollte. Und das im Geist des Kamel. Und ich bin im Kloster, weil ich denke, dass das der Weg ist, an dem ich am meisten Gutes tun kann, in dem ich wirklich so sein kann, wie ich bin. Und ich bin im Kloster, weil Liebe Gott hat mich so gerufen. Auch das ist eine innerliche Inspiration, als eine Ordensgemeinschaft zu sein oder als eine Ordensschwester zu sein. Ich bin im Kloster, weil wir sehen, wie zuerst den Augen. Untertitelung des ZDF, 2020